Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Heute auf der Karte Bremen Nord V4, jedenfalls auf der Freeware-Karte, nicht Freeway, Freeware. Da ist nämlich ein Payware-Add-On für geplant, heute mit dem AGG 300, ja, aus dem AGG-Add-On. Heute mit Easy Eyes, schönes Repaint. Wir fahren heute die Linie 76, wenn ich mich nicht eure irre, oder die 79. Muss ich mal eben gucken, ich wähle mal eben einen Fahrplan aus. Die 69, genau. Um 10.10 Uhr geht es auch los, dann wollen wir mal einsteigen in den Wagen. So, jetzt sollen wir den Teller wegstellen. So. So. Die uns anmelden. 1, 2, 5, 0, 6, ja. Ja. Äh, 0, 7, 9, 0, 1? Ja. Ja. 16 Minuten Zeit. 179 Ohm und Hammer-Speck. Natürlich werden wir jetzt keine 26 Minuten hier rumblammern, blibla blub. Wir gucken uns einfach mal den Innenraum an. Ja, fangen wir mal vorne an. Ich muss sagen, die Sitztexturen. Sehr schön gemacht. Auch sehr scharf, so jetzt, wenn man nicht ranzoomt. Mittelstück, ja. Das ist jetzt zum Runterklappen, ja. Das schon. Das ist schon gut gemacht hier. Auch wenn es eher länger draußen ist, ich habe es noch nicht gezeigt und deswegen stelle ich das jetzt noch mal vor. Ja, hier halt. Halt-Wunschknöpfe. Hier ist der Motor. Das ist ein Zuggelenkbus. Hier eine Außen-Schiebetür. Jetzt sind wir hier in dem Mittelstück mit Polstern zum Anlehnen, halt Hochbahn. Ja, hier ist noch eine Innenschwenktür. Da ist das Mittelstück jetzt hier. Da kann man jetzt, oh doch, kann man auch machen. Geil. So, dann sind wir hier jetzt im letzten Teil. Hier ist auch wieder eine Innenschwenktür. Die Achse, die hier ist, die ist, äh, die lenkt, wenn wir abbiegen irgendwo, damit wir auch besser rumkommen. Hier auch wieder zwei Haltelänen, beziehungsweise zwei Lehnen, irgendwie für kleine Kinder oder sonstiges. Kamera, hier, damit kann ich die Türe abschließen. Ne, hier ist der Nothahn. Ja, brauchen wir jetzt nicht machen, sonst haben wir gleich keine Luft mehr. Ähm, ich mach mal eben grad die Tür zu. Da hat man grad gehört, den Halterwunsch. Ein Piepen ist das. Ja, gibt es da noch irgendwie sonst noch eine Sicht von ganz hinten irgendwie? Eigentlich schon. Ja, hier. Jetzt sitzen wir hier ganz hinten. Ganz, ganz hinten. Ja. Also so könnte ich jetzt nicht fahren, ne, aber. Ja, gut. Ähm. So, dann kommt man auf 10 Uhr, 8 Vorspulen. 08. 0, 0. Ja. So muss das. Da sieht man es nochmal, da ist der Motor. Ach, er hat gar keinen Ton. Moment. So, jetzt. So, jetzt. So. Oh, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So wie Sie fahren, machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Da kann man auch noch nicht ändern. Da sieht man das immer schon, guten Tag, hallo. Das ist ein Tag, das ist ein Tag, das ist ein Tag. Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alles klar, fahrt halt bei Rot Fahrt halt bei Rot Die sind einfach bei Rot gefahren, alles klar Moin ZDF, 2020 Das ging ja früh ZDF, 2020 ZDF, 2020 Einmal nochmal bitte Danke Danke Moin 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 Können wir jetzt mal grün werden? Danke. Danke. Ja, schön, fahren mit deinen Händen rein, du Fasten. Vollidioten, echt. Echt? 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 So, Enthaltestelle! Nahe Fahrgäste auszusteigen. So, damit verabschiede ich mich heute bei euch, nächstes Mal fangen wir in A330 auf dem 07 noch viel gesagt. Ja. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!